Dies ist die tragische Geschichte eines verkorksten Liedes. Ich ging damals frohen Mutes ins Studio und nahm mein selbst verfasstes Lied auf. Ein Lied, so recht für junge Menschen von heute. Doch dann kam mein Produzent und entfernte alle Worte, die seiner Meinung nach jugendgefährdend oder zweideutig wären. Hier ist das Ergebnis. Musik Du warst erst grad 14 Jahre, als ich dich im Beatclub sah. Du warst so vom Scheitel bis zum... Wir tranken mit Orangensaft, ich fühlte mich so abgeschlaft. Ich war nicht mehr der Jüngste sowieso. Doch deine, das Drum und Dran, das heizte mich so richtig an. Erholen musste ich mich auf dem... Oh, Susi, was hast du getan? Oh, Susi, du machst mich so an meine... Die wächst wie ein... in deiner Hand. Denn ich bin doch auch nur ein Mann. Auch nur ein Mann. Ich brachte dich sehr spät nach Haus. Im Auto zog ich meine... aus. Die Leidenschaft erhitzte mein Gemüt. Dein Händchen lag auf meinem... Was war dann plötzlich mit dir los? Ich wusste damals noch nicht, was mir blüht. Die Nacht war klar und war nicht kalt. Ich... Dich im Eichenwald... Hab mich um deine... Sehr bemüht. Oh, Susi, was hast du getan? Oh, Susi, du machst mich so an meine... Die wächst wie ein... in deiner Hand. Denn ich bin doch auch nur ein Mann. Ein Mann. Auf einmal war es doch passiert, wie schnell man seine... verliert. Du sagtest mir, du bekämpfst ein... Im... ist die Karriere jetzt. Ich hab aufs falsche Pferd gesetzt. Nur weil wir beide... Und... Sind... Oh, Susi, was hast du getan? Oh, Susi, das macht mich nicht an. Meine... Schrumpf wie ein... in deiner Hand. Denn ich bin doch auch nur ein... 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 Das gibt es doch gar nicht. Dieser verdammte Produzent macht mir meine ganze Karriere kaputt. Mein ganzes Lied. Hier. Das kann man doch nicht mit mir machen. Wenn ich den in die Finger kriege. Diese verdammte Filzlaus. Diesen dreckigen Kulturmann aus. Der will mir erklären, wie man ein Lied schreibt. Donnerwetter, ich bin doch ein Star. Himmel. Und... Ihnen exactly einen Lied. Der will mir erklären, wie man Mulgek 카메� das macht mir auf ein. Sei mal Papa warst, wie man darf nicht В